es kommt endlich mal das Part von Roblox und zwar weil die anderen so fällig waren Scheiß drauf, les noch, ich jetzt mal super fun, oh wie, es war, ihr macht es mal super fun Kommt, halt zwar, egal, wie geht es mal, weil es gibt, nein, ich will das Video und zwar, ähm, also, so, 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 so wo bist du da? Au 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 Ja wenn wir den Müsl der wenn ich bestimmt mal jetzt den Mörder sein werde ich dann wenn wir dann aufnehmen will Boah Scheiße Wegfall Call of Duty Du feierst nix an, denn plötzlich wird an der Tür geklopft Ich mach mal eine Kanzel, okay? Hey, Safer Geiler Lecker Er legt mich doch So, ja, Safer sagt die Aufdeckgerichterstücke Es ist Halloween Wer ist da? Warte! 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 Ey, du bist doch verarschend, warum legt das so? Oh, oh, oh Er ist auch noch ein eigenes Fang-Obi Er ist soan Obi-Game, cool Und es ist auch noch Lesper, als wenn man so was machen kann Da werd ich noch Ding machen als... eigentlich sollte ich das Verband und dann könnt ihr das auch mal testen. oh fack. Du könntest einfach mal jetzt so... mein eigenes Game auch jetzt Play, also wenn ein zweiter kommt. aesh. Ich glaube, dass ist so ein Teil. Ich bin auf dem Gangnam Style Denn ich hab ne Schraube locker wie Frankenstein Ich bang die geile Bram der Adam Family Spongebot Gunshot Patrick Bang So fei ein Gangster Halloween 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 Oh das war knapp Oh ne das ist Oh das war knapp Oh Und Spaß Punk Und das Lied Und das Lied Und das Lied Von woher sind Die Überlänge ziehen Da muss lieber von So bis Oh ne Du fette So stage saved Oh Du du Oh jetzt kommt einer meiner Vorreden von Sponspost 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 ganz schön King of Kings Oh fuck Oh ne Das droht ist nur eigentlich schlau Ich will kurz mal kommen King of Kings 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 Habe jetzt mal das Üblichstüberziehen. Und das Lied, das ist einfach nur so eine Left-Block. Das kann ich euch auch noch zeigen. So ist das Zuma... Ein Objektiv ist ganz einfach. Nur immer gehen die Ideen aus. Nein, ich hatte es doch gerade. Ich könnte euch einen Trick geben. Ein Tipp geben. Wenn ihr mal die Schaden zackt... Sagen wir mal... Ich könnte drauf springen oder sagen wir mal mal... Wenn ihr jetzt könnt ihr da drauf gehen... Könnt ihr das machen, weil dann kommt ihr direkt auf diesen Checkpoint. Das war aber nur so. Ich hatte das bei jedem Verwocker, aber das war aber nur so. Spongebob Skychat King of Cakes. Oh fuck. Nee, das Problem ist bei den Obis. Die Ideen gehen einen aus. Ich habe jetzt schon glaube ich 15 Stage-Schlüsse. Ja und so weiter und... Ja, die Ideen gehen halt aus. So ist aber auch nicht noch nett. Nein! Blablabla blablabla blablabla! Die Stage-Schlüsse. Die Stage-Schlüsse heißt Stage-Schlüsse. Die Stage-Schlüsse. Boah! Fett mich doch! Fett mich doch! So, ich kann jetzt so machen so, äh... Äh... Kannst du so eine Kral ganz Katalinie, man muss da drauf, man muss da drauf, man muss da so ein Ich kann das ändern, weil Stage, da kann man glaube ich nur zahm machen. Klar ist es auf so langer Zeit. Ich kann also dos, wie verletzt... Und manchmal guck ich auch die, äh, manchmal hab ich keine Idee, da kann man sich von der Hand von oben nicht abgucken, supergeil. Das war mal ein riesen Düsseldich, der neue King of Kings. Hm, acht Minuten. Das ist meine neue Bestzeit. Oh, das ist auch voll schwierig. Ich muss einfach so drüber springen, das geht einfacher. Oh ne, nicht das da! Das kann ich nicht machen, so Ghostblog oder so. Ich versuche noch zu finden, aber das finde ich jetzt irgendwie nicht. Wenn man drauf drückt, ist das... Oh, oh. Oh, fuck. Bei so was hab ich schon mal Angst. Das wird ja... das wird ja... Wow! Das wird ja häufig verirrt mit sowas. Aber am häufigsten ist... ja, das mein ich auch. Ein Prinz ist, man macht so, und wo das da passiert, wo man das nicht durchgucken kann, ist das dann das Tod. So. Ich will grad auch noch... meine Ahnung ist noch... Seht ihr am erstens? So. Ich kann durchgucken. Aber mach ich jetzt so... Ich blaue... Kann ich jetzt durchgucken, weil das ist viel besser, als wenn man jetzt rausgeht, dass man jetzt stirbt. Das ist doch das richtige. Nein, ist das das richtige. Dann ist das das richtige. Dann ist das das richtige. Dann ist das das richtige. Ja, das funktioniert. Sind das Deathlocks? Die ich kann nicht riskieren. Nein. Nein, ich muss auch nicht. Wow! Ey, du meinst! Oh nein, nicht so klein! Was ist denn das? Oh nein! Eeeeh Da 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 da. Oh mal! Oh mal! Oh mal läuft diese Klick durch diesen kleinen Dinger. Noo! Geschafft! Duh? Ich muss sagen, wenn man... Ich habe einen Gläubigwinner, aber ich habe noch was mit! 400 oder so. Kann ich da drauflaufen, ja, ah. Ah! Ah! So! Oh! Das ist halt diese unsichtbaren Blecke! Das muss man natürlich geht auch am besten! Oh ne! Oh! Nicht so was! Das ist viel zu einfach! Das ist auch viel zu einfach! Oh! Oh! Jetzt will ich... Oh! Das ist ein voll geiles Lied! Müsst ihr euch reinziehen! Den Namen der Lieder werde ich mal in die Beschreibung tun! Also wenn wir zuerst das Lied blablablapp, zweites Lied blablablapp, zweites Lied und so weiter! Oh ne! Das hasse ich! Da kann man durchglitschen! Also... Man trifft jetzt, wenn man nicht richtig trifft! Da hatte ich mal so... Da kann man so ein Ausruss zu haben! Ich habe bestimmt versucht da durchzugehen! Und... Und... ... 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 1 ... ... ... ... ... Aber das kann man nur selbst gemacht durch... Ey, jetzt fahr ich mich durch! Guck, das für irgendwas! Du musst immer nur durchkommen, das schafft man doch nicht! Ich hab's ja durch Glück oder so noch... So, halt so schnell durchgeschafft! Wow! Ich will nicht raten! Wenn das so ist, geht's hier durch. Also durch dieses Ding hier. Und wenn das so geht, geht's einfach durch die Mitte. Oh, ich will schon mal. Ich hab keinen Bock, das wieder zu machen. Waaah, jetzt geht's! Oh ja, das ist mein Kanal! Also, nimm's der Sterling. Nimm's der YouTube-Kanal. Hey, das ist echt schwierig. Ne, 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 ne. Wuh, 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 wuh! Wuh, wuh, wuh. Wuh, wuh, wuh! Wuh, 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 wuh! Was ist das da... Oh, dann... Prozent Prozent nach Köln zu sagen es wird schon gefühlt und wenn nicht ein paar also dann wenn ich das letzte Video so wird das ist eine gute es ist ein schönes Prozent nur so vielleicht und guckst du ja die Städte da nur Ja. Fuck. Fuck life. Fuck life. Oh. Ich könnte es nur versuchen. WOOOOO! NEEIN! Der hat eine Hand im Ohrne mit einer Disney-Legion-Gun! Du bist mich abbringend, wenn du mir den Gegner blieb bei der Persönlichkeit vorhanden bist! Du bist mich abbringend, wenn du mir den Gegner blieb bei der Persönlichkeit vorhanden bist! Oh, warte. Ach, der war mir jetzt. Oh. Oh. Oh, ne. Ja, ein von mir geht. Man kann nur durch ein von mir gehen, glaube ich. Das ist Warte. Ja. Fällt dir? Warte. Ja, da kann man durch. Da fällt man durch. Ja. Jawohl. Weißt du, wie viel Liebe darin steht? Ah, ich bin wegen diesem Block. Oh, das ist Ruhe, das ist das Richtige. Das ist so richtig. Das ist so richtig. Ich würde euch raten, so viel zu speichern, wie ihr könnt. Oh, wer bist du überhaupt? Wenn ich Standardstilze hörst, ein Ding, was mich frontet, war nur die schlechte Quali deiner Scher. Ah ja! Ich bin... Ja. Genau. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... Warte! Ich freue mich zurück, jetzt schon gesagt. Sorry, ein Video muss fertig sein, aber da ist jetzt irgendwie schon. Aber da ich jetzt schon Dinge gemacht, da ich jetzt bestätigt habe, also ich nicht Alex. Warum, warum ich dich schon nicht Alex-Kanal? Also, Alex ist der Chef. Dinger hat noch gesagt, schon nicht mehr. So geht's auch. Das wird dann auch sehr leckert. Okay, wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Ich bin eure Üben von Boxers und wir sehen uns bei einem neuen Let's Play.